Musik 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 Oh, ein bisschen genauer richtig. Christine ist ja am Naschen. Wilde Bombeeren. Wilde Bombeeren, lecker. Hallo ihr Lieben, wir sind heute unterwegs. Mitten in der Pampa ist Auto abgestellt und wollen jetzt ein bisschen wandern gehen. Wo sind wir jetzt in der Nähe von? Remtendorf, 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 naja. Mitten in Thüringen, alles grün hier. Ein bisschen wie im Merschenwald. Die ganze Waldsauerklehe, den ganzen Boden voll. Schnell, schnell durch. Oh, Schilder. So, jetzt sehen wir auch mal, wo wir überhaupt sind. Es gibt doch einen Grundwanderweg. Die Wüßburg. Hier vorne sieht man schon die Ziemestalbrücke ein bisschen durch. Und da sind mal die Eisenbahnen drüber. Da ist mal die Eisenbahn drüber, ja. Ist jetzt stillgelegt. Und auf diesen stillgelegten Bahnclays ist eine Wanderspecke. Ja. Irgendwie läuft man hier mehr durch den Bach als einen Weg lang, oder? Ja. Die Eisenbahn wird da richtig schmatschig. Ja. Gut. Solche Wege sind ja zumindest spannend. Heißt ja auch Ortergrund. Der Ortergrund, ja. Wo man hier schwimmen können muss, oder wie. So, Achtung. Ach, da ist der ganze Weg jetzt hier Wasser aufgetroffen. Ja. Ich glaube, dass einfach der Bach jetzt dem Weg folgt und nicht umgekehrt. Christine hat hier einen Weg gefunden. Und jetzt geht's erst mal rauf. Wenn wir eine Machete mitnehmen sollen. Ja. Wieder kein Werkzeug mit. Aber ahnt ja auch keiner auf dem Wanderweg. Fettes Teil. Weil den kann man da durchgucken. Okay. Stufen bergauf. Ja, ausrutschen will man hier nicht, ne? Nee. So cool, ey. Hier ist ein wilder Oregano oder sowas. Okay. Oh, geil. Ja? Das duftet. Guck mal, alles voll hier. Ja, stimmt. Ein geiler Blick auf die Brücke jetzt, ne? Ja, hier darf man auch keinen Schritt beiseite machen. Das muss man fort. Ja. Dresine. Sehr witzig, ne? Cool. Und wie gesagt, durch die Tunnel, das muss man halt hier immer auf den Gleisen langen. Ja, cool. Verlaufen kann man sich eigentlich nicht. Man kommt dann von hier durch über die Saale und ist dann unten. Schön, ne? Okay. Das nehmen wir noch einen Angriff. Jetzt geht es erstmal hier über die Todesbrücke. Tschüss. Lieber Schwanger. Sieht aber auch geil aus. Schon ganz schön ab hier, ne? Durch die Schräge hier ist das schon ein bisschen unheimlich, oder? Ja. Wenn es jetzt hupt, müssen wir irgendwie übers Geländer springen. Wenn es wackelt, haben sie gesagt. Äh, dort steht irgendwie ein Auto auf dem Gleis, oder? Ja. Das ist ja witzig. Kopf einziehen muss man hier ein bisschen. Okay. 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 Kuckuck. 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 Boah. Na ja, wie geht es da noch runter? Krass. Das ist wie in so einem Computerspiel. Ja, das ist ganz schön tief hier. Kannst ja nicht fallen. Ja, dann ist es weg. Ich bin bewund von einem Lebenskünstler. Jens. Genau, das ist der Jens von Bahnhoof, sag ich auch immer. Interessant ist, der baut Holzhäuser. Das Holzhaus, was dort jetzt steht in der Bauphase, ist im Grunde nur eine Auftragsarbeit. Das heißt, es wird dort aufgebaut, wird dann markiert und wieder zurückgebaut. Eines Tages ist das wieder dort weg. Außer es ist ja Kinderlieb, es sind hier Baumhäuser und so. Es ist wirklich sehenswert. Musik Es gibt keinen anderen Weg. Das ist der offizielle Wanderweg. Nee, das ist ja hingesprochen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein offizieller Wanderweg lang geht, wenn das noch gut gefahren wird. Das war jetzt, glaube ich, eher der Geheimtipp. Ja, also Geheimtipp. Das geht ja mal beschissen. Man kann nicht auch richtig scheiße auf diese Hälfte reden. Die haben aber einen Abstand, der eigentlich schwer ist. Sie läuft nach Ziegenrück. Da vorne haben wir einen ersten Tunnel. Da vorne haben wir einen ersten Tunnel. Was hat er gesagt? Drei Tunnel bis zu Ziegenrück. Christine läuft doppelgleisig. Und keine Lampe mit. Na ja, gut. Doch, am Handy auch mal eine Lampe. Also wer diesen Weg mal laufen will, nehmt euch eine Stirnlampe mit. Und wenn die Schienen rattern, runter vom Gleis. Dann muss man sich ja jetzt ein Loch in die Wand des Tunnels kratzen. So, tschüss. Gut, rein ins dunkle Loch. Dürft sich jetzt deswegen nicht besser, wenn es dunkler wird, ne? Ne, dann hoffen wir nicht. Wir haben keinen Schutzgarten. Da kann man noch mal richtig sehen, wie die sich hier durch einen Skifahr durchgearbeitet haben in der Mitte. Wahnsinn. Eine geile Strecke. Und hier eine schöne Skifahrmauer. Und hier kann man mit Gleisschotter schöne Türmchen bauen. Bist du jetzt hier vom Lebenskünstler? Ja. Warum wird er auch nicht an einem Tag gut? Okay. Einladend. Wie ne? Lass es mal so hinkriegen. Okay, da musst du ja erstmal Ahnung haben von sowas. Sieht richtig gut aus. Fetzt. Krasses Gelände. Sieht geil aus, ja. Eine schöne Werkstatt, ja. Ah. Krass. Ganz schön Arbeit, ey. Siehst du richtig, wie das ausgehauen wird hier, die ganzen coolen. Jetzt haben wir den schönes zu essen mit. Mal gucken, was Frau schon auspackt aus ihrem Rucksack. Zwiebelringe, Salat, Gartengurke. Alter. Schönes Fischbrötchen. Ja. So, jetzt machen wir eine Pause. Wir sehen uns dann wieder nach dem Essen. Das musst du erstmal bauen, ja. Krass. Mit. Wir finden auch überall Freunde, ne. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder auf dem Rollkweg. Das war eine echt coole Strecke. Ungewöhnlicher Weg irgendwie. Ja, ungewöhnlich. Mal anders. Aber richtig cool. Ungewöhnlich, weil kein Weg. Ja, genau. Weil nicht erlaubt und auch kein Weg. Böse. Wir verabschieden uns. Gehen jetzt in den dunklen, dunklen Tunnel. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Danke und bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.